Viva, 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 Viva. Euren Grundgedanken, deutsche Musik den Vorrang zu geben, finde ich ebenfalls begrüßenswert. Nun solltet ihr vielleicht berücksichtigen, dass deutsche Musik sich nicht nur auf Bapp und Herbert Grönemeyer beschränkt. Tja, Andreas, das würden wir auch gerne machen, aber leider gibt es noch nicht so viele Videos von kleineren deutschen Bands. Pur zum Beispiel haben gerade mal ihr erstes Video gemacht. Bei Nina Hagen sieht's...